Hallo lieber Wassermann, herzlich willkommen bei Inbalz Tarot. Gerne möchte ich heute eine Ich-und-Du-Legung für dich machen. Beachte dabei immer auch die Videos zu deinem Mond, Venus und Aszendentzeichen, okay? Okay, also schauen wir mal. Wassermann, hier schaue ich dich an und hier dein Gegenüber. Ich schaue für ein Kollektiv, das heißt es kann auch sein, dass du dich hier siehst und dein Gegenüber hier. Ja, ich schaue die Energien zwischen zwei Menschen an und konzentriere mich hier auf dich, damit ich überhaupt einen Anker habe hier bei der Legung. Aber falls die Rollen vertauscht sind, dann sind sie vertauscht, okay? Wird nicht für alle gleich sein, die Rollen aufteilen. Also schauen wir mal, für Wassermann, Wassermann, Wassermann. So, so, tack, tack, Wassermann, was ist bei dir los? Die hohe Priesterin, sag ich nicht, sagst du. Wassermann, du spürst da was momentan. Deine Intuition sagt dir etwas und ich denke, dass du darauf hören solltest. Deine Intuition will dich auf etwas hinweisen, das sehr entscheidend für dich sein könnte. Ja, es ist nicht ein Hinweis darauf, wo die verlorene Uhr nun liegt in der Wohnung, sondern eine viel entscheidendere Sache ist hier und deine innere Stimme sagt dir diesbezüglich etwas und du solltest darauf hören. Okay. Auf der Gegenseite habe ich die Sonne. Dein Gegenüber scheint dir durch eine Transformation gegangen zu sein in letzter Zeit. Da ist eine gewisse Leichtigkeit bei deinem Gegenüber. Er, sie hat da gute News bekommen in Bezug auf etwas. Und bei der Sonnenkarte geht es auch um dieses Strahlen, um das Zeigen von allem. Wir haben hier ein nacktes Baby, das Beine und Arme offen hat. Also in seiner ganzen Nacktheit da ist sozusagen. Und irgendwas hat dieser Mensch gezeigt, dass bei dir jetzt so deine Intuition ein bisschen so zum Klingeln gebracht hat. Ich sage jetzt nicht Allah, aber du hast da was gesehen. Dieser Mensch war bei etwas zu leichtfertig offen. Und das hat jetzt bei dir was ausgelöst. Deine innere Stimme sagt dir jetzt etwas. Okay, interessante Legung. Das ist hier beide auf der Herzensebene. Auf der Herzensebene sehe ich hier König der Kelche. Das bedeutet für dich ganz einfach, du sagst, entweder klappt das oder nicht. Da ist bei dir keine Klammerung oder ähnliches zu sehen, Wassermann. Du bist da emotional sehr abgekapselt von diesem Menschen. Der König der Kelche. Jetzt wollte ich den Wassermann nennen, weil das ist ja Wasser und das ein Mann. Also im Grunde bist du in dir drin, Wassermann, so erfüllt und gleitest nur so durchs Leben, dass du momentan nicht das Bedürfnis hast, dich unbedingt an jemanden zu ketten. Dieses, ich will glücklich werden oder jemand soll mich glücklich machen oder ich will jemanden an meiner Seite haben. All diese Ich, 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 Ich-Sätze sind Ego, 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 Ego-Sätze. Und das ist ja jetzt das Interessante. Kaum lässt man die weg, kaum sagt man nicht mehr, ich will jemanden oder ich will glücklich werden oder ich will XY. Kaum lässt man eben dieses Ego da weg, wird die Intuition umso klarer. Das Ego kann die Intuition sehr trüben. Das merkt man vor allem bei Menschen, die unbedingt etwas haben wollen und die Intuition schreit. Nein, 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 holst du nicht, aber die wollen das unbedingt. Und dann holen sie es sich, egal welches Thema, und sind dann unglücklich, weil alles bachab dann geht. Oder bergab, wie man es in Deutschland sagt. In der Schweiz sagen wir bachab. Wir haben Alpen, dann fließen alle Bäche runter. Und deine Intuition ist momentan sehr gut hörbar, weil du es nicht durch dein Ego überschallen lässt. Okay. Was geht auf der Herzensebene deines Gegenübers vor sich? Vier der Münzen. Ja. Schau mal, das hier ist deine große Arcana, das hier ist deine kleine Arcana. So sehr dieser Mensch hier etwas für sich behalten wollte, die Umstände haben dafür gesorgt, dass du hier etwas an diesem Menschen in seiner pure Nacktheit gesehen hast. Da wurde irgendetwas bei deinem Gegenüber sichtbar für dich, du hast da was erkannt, obwohl er sie das für sich behalten wollte. Du siehst hier, nackt und offen. Und hier verkleidet und verschlossen. Eigentlich ist das eine kleine Arcana, das ist das, was dein Gegenüber eigentlich will. Es nicht zeigen, es für sich behalten, aber die Umstände haben dafür gesorgt, was auch immer das für eine Lebensphase gerade ist, die deinem Gegenüber sehr viel Leichtigkeit gegeben hat, dass du da was gesehen hast, das dir nicht gefällt. Okay. Wie sieht dich dein Gegenüber? Der Hierophant. Wassermann. Es ist eigentlich eine tolle Karte, ist auch meine Karte, ich bin Stier. Eigentlich ist der Hierophant eine tolle Karte, aber ich habe hier direkt was anderes rausgespürt. Siehst du diese Menschen hier, die diesen Hierophanten um Rat fragen? Dein Gegenüber sagt, dass du besserwisserisch bist. Dass du zu viele Ratschläge erteilst und eben besserwisserisch bist. Ich möchte hier einfach auf etwas hinweisen, wenn oder so das Wissen, Können, Sein und Tun, das wird bestimmt mit den Elementen im Tarot, Münze, Stab, Kelch und Schwert, okay? Über die befinden sich dann, befinden sich dann, also über diesen Elementen befinden sich dann die Pagen, dann die Ritter, dann die Königinnen und Könige, dann kommen Herrscher und Herrscherinnen, die haben dann alle Elemente inne und Überherrscher und Herrscherinnen sind dann der Hierophant und die Hierophantin. Die Hohe Priesterin ist im Grunde die Hierophantin. Und du, Wassermann, du bist wirklich besserwisserisch momentan. Das ist das Höchste an Einigkeit, das du in dir selbst haben kannst. Kein Wunder, geht dir das am A vorbei. Das ist das Höchste an Einigkeit, die du in dir haben kannst. Diese männliche und weibliche Energie in dir, die sind so schön geeint, ja? Ich sehe dich hier auch sehr spirituell. Und ja, du bist wirklich besserwisserisch momentan. Im Sinne von, du weißt es momentan wirklich besser. Das ist, da kannst du dir gerne auf die Schulter klopfen. Das passiert nicht einfach so. Da hast du wirklich an dir selbst gearbeitet oder hast das eben zugelassen, dass du da in diese Richtung gehen kannst. Schön. Wie siehst du dein Gegenüber, Mäßigkeit? Du siehst dein Gegenüber zurückhaltend. Du siehst dein Gegenüber sehr harmoniesüchtig. Ein bisschen konfliktscheu. Okay, gut. Schauen wir mal die gemeinsamen Energien an. Ast der Kelche, Königin der Münzen, König der Stäbe. Zwei der Schwerter. Du, du wirst dich hier in nächster Zeit auf das, was deine innere Stimme dir hier sagt, konzentrieren und dich dementsprechend nicht allzu sehr um diese Geschichte hier kümmern. Die Stimme in dir sagt dir, dass du dich hier um deine Stabilität, um deine Karriere, um deine Zukunft, um deine Verantwortung kümmern solltest. Und genau das tust du auch. Das regt die Aufmerksamkeit deines Gegenübers hier. Und dieser Mensch ist jetzt hier dazu geneigt, eine Entscheidung zu treffen und mit dieser Zurückhaltung hier aufzuhören. Du stößt hier etwas an bei deinem Gegenüber, durch diesen plötzlichen Rückzug. Okay. Ich sehe dich hier sehr auf dein Ding konzentriert und sehr auf diese Stimme in dir konzentriert. Das scheint mir hier schon wie eine Liebeslegung, aber Ast der Kelche steht hier nicht für die Liebe, die dir dieser Mensch gibt. Nee, um das geht es hier nicht. Es ist hier unter diesen hochspirituellen Personen hier und König der Kelche ist Ast der Kelche. Du hörst momentan enorm auf deine innere Stimme. Oder das ist so, wie wenn in deinem ganzen Leben deine innere Stimme die höchste Lautstärke momentan hat. Finde ich geil. Finde ich geil. Leute, all die Leute, all die Menschen, die Großartiges geleistet haben in dieser Welt, die haben nicht Anleitungen dafür gelesen. Da ist nirgends gestanden, hey, Einstein, finde heraus, oder wie MC2 zu E steht und solche. Das ist nirgends gestanden. Der hat auch auf eine innere Stimme gehört. Okay. Nirgends stand, hey, Ellen, lass da Raketen zum Aal fliegen. Oder das stand nirgends. Also ich habe nie irgendwo gelesen, hey, du, Inbal, mach die, oder das stand nirgends. Auch, dass ich diese Videos mache, so stand nirgends. Das war eine innere Stimme. Und darauf hörst du. Und so kommst du ja auch zu deinem höchsten Ich hier. So funktioniert das. Ich werde hier mit diesen Karten schauen, was hier genau passieren wird und worauf das Ganze hier hinauslaufen wird. Diese Karten hier werde ich fragen, was du vor deinem Gegenüber versteckst und was dein Gegenüber vor dir versteckt. Für jene, die keinen Kontakt haben, werde ich diese Zeitkarten hier fragen, wann der nächste Kontakt stattfinden wird. Die werden uns dann genauere Zeitangaben machen. Den Link zur Fortsetzung findest du unten in der Infobox und im obersten Kommentar. Falls dir mein Stil gefällt, freue ich mich über deinen Klick auf Abonnieren. Wir sehen uns auf der anderen Seite und allen anderen wünsche ich alles Gute, macht's gut. Bye, bye.